In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man einen Jura-Kalkstein aufarbeiten kann. Wir sind die Firma Steindoktor. Seit über 25 Jahren kümmern wir uns um die Reinigung, Sanierung, Schutz und Pflege von Natursteinen, Fliesen, Terrazzo und Beton. Im ersten Schritt wird der Jura-Kalkstein in mehreren Schleifgängen mit unterschiedlichen Körnungen geschliffen. Dabei benutzen wir Handschleifmaschinen mit Silicium-Kabit-Schleifscheiben. Im zweiten Schritt werden Ausbrüche und Risse mit Natursteinspachtelmasse geschlossen und beigeschliffen. Im letzten Schritt wird der Stein abgereinigt und erhält einen langfristigen Schutz mit einer Imprägnierung. Zur Erinnerung sehen Sie hier noch einmal das Vorher-Video. Und hier sehen Sie das fertige Ergebnis. Wenn wir auch Ihren Kalkstein aufarbeiten sollen, dann können Sie uns gerne eine Serviceanfrage stellen. Diese finden Sie unten im ersten Kommentar. Stein!